Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Surviving. Wir sind heute Morgen um 10 Uhr wach geworden, weil mein, also ich hatte Jalousie offen und Fenster offen und die Sonne hat einfach so auf mein Kopfkissen gescheint, dass das Kopfkissen einfach heiß geworden ist. Und nicht wegen mir, aber naja, okay, das ist ein anderes Thema. Nein, auf jeden Fall, das war so warm, das Kopfkissen, dass ich einfach nicht weiterschlafen konnte und ich bin wirklich ein Langschläfer, aber es ging einfach gar nicht mehr. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Lederrüstung und ein Schwert, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Also wenn es rauscht, tut mir leid, Leute, aber das liegt da einfach daran, weil mein Lüfter unglaublich viel zu tun hat und der Lüfter ist ja das Laute an einem Computer. Und das sind solche Faggots, die mich direkt töten wollen. So, gut, ne? Hast du davon? Hast du davon, meine Freunde? Wir haben zwei Diamanten, haben noch keine Sticks. Ist jetzt ein bisschen doof, ich muss mal gucken, dass keiner guckt. Beziehungsweise dass keiner kommt. Oha, ein Level, schade. Schade, schade, Schokolade. Wir bräuchten Sticks, das wäre wirklich, wirklich, wirklich geil. Was haben wir denn für eine Rüstung? Okay, Eisenhose, Leder. Okay, okay, okay. Also geht klar, die Rüstung. Sie geht auf jeden Fall klar. So. Also wie gesagt, tut mir schrecklich leid, dass mein PC am Eskalieren ist und dass ihr das vermutlich im Video hören werdet. Aber ich kann da leider nichts gegen machen. Okay, da kommt so ein kleiner Faggot. Okay, 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 okay. Dass wir denken, dass wir denken. Ja, nice. Das haben wir ja schon. Hat der Sticks? Hat er nicht. Boah, war das knapp, Alter. Ein Herz, ups. Pfeiler haben wir jetzt aber. Okay, also Herzliches erstmal regenerieren. Boah, Leute, war das knapp. Und Steinschüttern war auch. So, so. Und so. Leute, war das eng, Alter. War das eng. Ich hab das D&D etwas, etwas zu früh gezündet. Sonst hätte ich ihm das auf jeden Fall mehr Schaden zugefügt. Da unten haben wir noch eine schöne Chestplate. Hab ich da einen Namen gesehen? Nee, doch nicht. Boah, hab ich mich gerade wieder einmal erschreckt, Alter. Jo, läuft auf jeden Fall. Ich ist immer noch sehr weit weg, der nächste Gegner. Können jetzt mal Herzen reg... Dann müsste ich sie gleich langlaufen. Ach, scheiße. Jetzt hab ich ihn natürlich so behämmert runtergeschossen. An einer so blöden Stelle. Ach, jetzt kommt sein Teampartner oder was ist das? Hm, natürlich. Okay, nice. Shit ist das. War der das? Hex. Ja, ich hacke. Scheiße. Wie schlecht war das denn? Fick. N. Okay, GG, mein Freund. GG. Haha. Geil. Geil einfach. Das war doch mal wirklich Astrein. Ja, klar, ich hacke. Klar, hacke ich schlecht. Verliere. Ach, scheitiger. Verlierer mit IE. Verliere. Hä, lol? Bin ich dumm? Nee, ich hab... Goldschuhe. Das heißt, ich mach mir lieber das. Leider haben wir keine Sticks. Das wäre so geil gewesen. GG, Leute. Auf jeden Fall die Runde war bis jetzt schon richtig geil. Einfach nur richtig, richtig, richtig nice. Wie es einfach so ist. Wenn man einen tötet, ist man sofort ein Hacker. Nichts Tolles drin gewesen. Okay, der geht erst auf den anderen anscheinend. Oder sie teamen. Kommt er da? Ja. Okay, okay, okay. Ich flüchte mal durch die Mitte, meine Freunde. Was passiert hier? Also scheint es, als würden die sich nicht töten wollen, irgendwie. Ja, setzt mal ein TNT. Alter. Das ist so irgendwie so... Als würden die Frieden machen. Weil die gehen ja nicht wirklich aufeinander. Die gehen nicht wirklich aufeinander. Egal. Okay. Nice. Full Iron Diashur. Leute, den kann ich nicht treffen, Alter. Was war das denn eben? Hab ich... Okay. Alter. Wieso treffe ich den denn nicht? Nice. Okay. Das wird auf jeden Fall nicht so leicht hier. Okay. 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 Scheiße. Fuck. GG. Naja, egal. War auch immer ein ziemlich, ziemlich geiler Kampf. Auch nochmal zum Schluss. Mega spannend. Äh, wie viele Herzen. Ah. Ah. Okay. Schade. Oh Mann, warum ich immer einen falschen Seily mache? Ich weiß es nicht. Mann, war das eng. Schade, schade, schade. Das waren vielleicht zwei Schläge, die mehr geben müssen. Aber, naja, okay. Ähm, war auf jeden Fall eine supergeile Runde mit dem Team, was wir noch getötet haben. Und, ja, dann war es das erstmal. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann haut einfach mal rein, meine Freunde. Bis dann. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.